Okay, Tipp Nummer 3. Wir schauen uns mal die Primfaktorzerlegungen an, der Nenner von verschiedenen Brüchen. Nehmen wir mal 1 Achtel. 1 Achtel hat ja die Primfaktorzerlegung, der Nenner hat die Primfaktorzerlegung 2 hoch 3. Und was kommt da als Dezimalbruch raus? 0,125. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nimmt, ein Einundzwanzigstel, dann ist es ja 1 durch 3 mal 7. Und was kommt da heraus? Gucken wir mal. 0,047619, 047619, 047619. Okay, 0,047169. Gucke ich nochmal, ob ich es richtig gemacht habe. Das müsste ich immer wiederholen. 0,047619. Oh, 619. 619 habe ich vertan. 619, 047619 und so weiter. So, nehmen wir mal 1 Fünftel. Da kommt ja raus, okay, das ist 1 durch 5 hoch 1 in der Primfaktorzerlegung und das ist 0,2. Und jetzt machen wir nochmal folgendes. Nehmen wir mal 1 Dreißigstel. Das ist 1 durch 2 mal 5 mal 3. Okay, ja, und da kommt heraus, gucken wir mal, was 1 Dreißigstel ist. 1 Dreißigstel ist 0,0333. Ne, ist klar. 0,033333 und so weiter und so weiter. Okay, das ist klar. Von einem Drittel mit 0,3 kommt man auf 1 Dreißigstel, indem man durch 10 dividiert, das heißt, den Dezimalbruch um 1 nach rechts verschiebt. Aha, also durch Multiplikation mit 10 im Nenner scheint es um 1 nach rechts zu verschieben. Deswegen, also da ändert sich ja auch der Typ. Ja, insofern schaut doch mal auf die Primfaktorzerlegung des Nenners genau an und welche Zahlen bei welchen Typen tatsächlich vorkommen. Und welche Auswirkungen oder welchen Einfluss die 2er und die 5er haben.